Also wir sind hier auf der Fraser Island und ich wollte euch zeigen, da gibt es Autos, das sind Teslas. Die steuern eigenhändig. Also ich mache hier nichts. Wie ihr seht, das Auto steuert perfekt, wie es sein soll. Genau dort durch, wo wir durchfahren sollten. Moment, wir fahren schön, vor allem die Kurven. Moment, jetzt zeige ich auch die Kurven. So, tipptopp steuert das Auto. Wie es sein soll. Also ich steu das nicht anlangen, das Steuerrad. Seht man das? Jetzt kommt da vorne eine grössere Kurve. Jetzt kann man hier schön schauen, wie das steuert. Ich habe hier die Hand. Und dann steuert das Auto tipptopp. Seht ihr, wie das Auto steuert? Das ist ein Tesla. Jetzt kommt hier ein Baumstamm. Da fahren wir schön vorbei. Wie das Auto ausweicht. Perfekt. Jetzt geht es weiter da. Drauf. Jawohl. Jetzt gibt es. Da. Da. Warten wir jetzt da. Das Auto weiss, das fährt perfekt. Bis in den Tesla. Da ist es. Stacke. Jetzt sagt er mir sehr. Darum müssen wir gleich noch dabei sein. So.